Servus Leute, es gibt hier was Neues von der Reifenfront. Ich war ja bei Dunlop im Berg, das war auch alles sehr, sehr spannend. Doch versteht ihr wirklich, wie wichtig so ein Reifen ist und was auch die Unterschiede sind? Und so ein Reifen ist ja nicht in der ersten Entwicklungsstufe direkt fertig. So ein Reifen wird ja auch entwickelt und so Feinheiten können den Reifen und den Fahrverhalten vom Reifen stark beeinflussen. Wir haben zum Beispiel hier, das ist ein Sportmax RT. Hier sehen wir das Profilbild, das sieht ja eigentlich fast so aus wie das hier. Doch kleine Veränderungen halten und stabilisieren den Balken in sich, wie der Reifen so arbeitet. Und das macht halt die Feinheiten aus. Und ich habe mir überlegt, einfach so einen Reifen zeigen, draufhauen, cool sitzen. Das zeigt ja nicht, wie so ein Reifen wirklich funktioniert und was die Unterschiede sind. Deswegen haben wir uns mal überlegt, wir gehen auf die Nordschleife. Erstmal mit dem Produkt hier, quasi die Vorstufe von dem Endprodukt. Und ja, guck's mal an, komm mal rum, hier. Los geht's. Wie man hier sieht, auch erstmal ganz klar, schicken Dunlop-Anzug haben wir da an. Ist das geil, richtig coolen Anzug haben wir an. Und der Kollege, der neben mir sitzt, ist der Michi. Der Michi von Dunlop. Dunlop-Testfahrer seit vielen, vielen Jahren. Der weiß auch von Neustadt, wo es lang geht. Aber keine Sorge, ich fahre auch noch eine Runde. Wie man hier sieht, haben wir die Vorstufe. Und man sieht, dass der Michi doll korrigieren muss und viel Arbeit muss, um das Fahrzeug quasi durch die Kurve zu buxieren. Da sieht man zum Beispiel, dass viel Korrektur ist und dass das Fahrzeug mehrere Lenkbefehle braucht, um auch wirklich durch die Kurve durchzukommen. Das war jetzt ein perfektes Beispiel, wie man über die Reifen drüber fährt. Wir haben einfach jetzt zu viel Geschwindigkeit reingenommen und die Flanke fällt ein und wir fahren quasi über die Flanke des Reifens. So, mittlerweile bin ich auch am Steuer mit dem Vorserienreifen. Und man sieht auch bei mir, erstmal wackelt es kräftig, der Michi hat Stimmung in der Bude. Und man sieht, dass ich auch viel korrigieren muss. Man muss viel arbeiten, um das Fahrzeug einfach auf Kurs zu halten. Relativ unangenehm und man merkt auch, dass das Feedback, was quasi vom Reifen in das Fahrwerk reinkommt, super durchmischt und gefiltert wird von einem nicht so stabilen Reifen. Der Reifen funktioniert gut, ist auch alles in Ordnung, aber es ist halt nicht ein Lenkbefehl und das kann man noch modifizieren. Und den Reifen testen wir jetzt. Im Großen und Ganzen, also das ist der Reifen, mit dem wir gerade gefahren sind, sieht man ja keinen Unterschied wirklich. Aber was macht dieses etwas indirektere Fahren aus? Und zwar, wir haben ja einmal den Positivanteil und den Negativanteil im Reifen. Negativanteil ist da, wo halt die Rille ist, wo Wasser verdrängt wird. Und der Positivanteil ist der Anteil von dem Reifen, der wirklich die Straße berührt, die Oberfläche von dem Reifen. Jetzt ist der Punkt der, diese einzelnen Balken und diese einzelnen Elemente können sich ja nicht wirklich festhalten zueinander. Somit haben wir einmal oben das Fahrzeuggewicht oben drauf, das arbeitet und unten drunter haben wir dann das Fahrwerk und dann der Reifen arbeitet auch nochmal. Das einzige, was nicht arbeitet, ist der Asphalt, die Straße, die bleibt plan. Somit haben die Jungs von Dunlop einfach in der nächsten Entwicklungsstufe mehr Kontaktpunkte zwischen diesen Positivanteilen gemacht, quasi kleine Brücken gebaut, wo der Reifen sich in sich stabiler verhalten kann. Und das sieht man auch direkt, guck mal hier, das Ergebnis ist gigantisch. Achte mal drauf. So, jetzt hat der Papa erstmal direkt das Lenkrad übernommen und man sieht, ich nehme die Kurve ins Visier und es ist ein Lenkbefehl und eine Position, ein bisschen Korrektur, das ist aber ganz normal beim Fahren und man kann sauber Linie durchfahren. Plus, was dann beim Video nicht so gut rüber kommt, der Speed, den man mitnimmt, ist viel, viel höher. Ein viel größeres Vertrauen ins Fahrzeug, größeres Vertrauen in den Reifen, größeres Vertrauen in das Fahrwerk. Man kann sich mehr zumuten. Dann kommt auch der Speed. Mehr Vertrauen zum Auto, gleich bessere Rundenzeiten. Das ist das A und O am Rennen fahren. Hier wieder ein gutes Beispiel. Ganz klar, ein Lenkbefehl, saubere Bewegungen, rein und raus. In der Längsbeschleunigung, muss ich ehrlich sagen, tun sich die beiden Reifen nicht. Im gerade Auslauf sind sie fast identisch, doch beim Bremsen wieder, beim Anbremsen in die Kurve, in den einzelnen Positivanteilen, in diesen einzelnen Blöcken zu merken. Das heißt, in der Anbremsphase knickt das Fahrzeug hier vorne ein und wir merken ein leichtes Tänzeln im Heckbereich des Fahrzeuges. Und somit ist es wieder ein bisschen unwohler damit zu fahren. Im Vergleich zu dem Reifen, den wir gerade wieder haben, die perfekte Entwicklungsstufe, die Endstufe, womit der A 45 AMG ausgeliefert wird. Perfekt anbremsen, rausbeschleunigen, Kurven fahren, ohne jegliche Korrektur. Sollte kriegst du einfach nur auf der Nordschleife auch. Ja, was denk ich? Wenn du einfach mit Extrembedingungen testen kannst. Ja, nebenbei gesagt, so ein A 45 Koffer geht jetzt auch nicht so schlecht um die Ecken, wie man sieht. Obwohl so ein SLS 63 wäre jetzt auch nicht so schlecht gewesen. Nächstes Mal. Immer wieder geil, Fuchsröhre runter. Um die Weise zu sagen, dafür lebe ich schon so ein bisschen. Wo hast du der Jean-Pierre-Kurs hier? Ohne die Nordschleife... Spaß, wer kann ohne die Nordschleife leben? Es geht ja gar nicht. Was auch schön zu sehen ist, wenn der Reifen in sich stabiler ist, baut er auch weniger Oberflächentemperatur auf. Und man kann ihn auch länger am Limit bewegen. Die Vorstufe, hat man gemerkt, war doch etwas früher am Limit. Ja Oh Ja Ja Engländer immer gefährlich. So, jetzt habe ich auch keine Lust mehr, jetzt geht es wieder ab ins Dunlop Test Center und da gucken wir uns nochmal die Reifen in Ruhe an und wir fahren mal zurück. So, jetzt haben wir beide Reifen, einmal den Vorserienmodell, einmal das aktuelle Modell, wo der A45 drauf ausgeliefert wird. Beide sind geil, aber man merkt schon deutlich den Unterschied zwischen beiden, auch vom Abfahrbild her. Ja, bei dem Reifen siehst du, dass der Reifen war viel, viel das Profil, viel mehr arbeiten musste, viel mehr gearbeitet hat, die Kanten sind deutlich mehr gebrochen wie bei dem, einfach weil der Reifen hier flexibler ist. Ich meine, wenn man guckt, wie das Profil hier oben schließt alleine, dann sieht man auch mal wie weich so eine Gummimischung ist. Ja. Wenn das hier so anfängt zu arbeiten, das ist ja richtig weich. Der Reifen ist auch noch schön warm, ist ja gerade eben noch gefahren. Ja. Wie viel Grad bitte jetzt? Was er jetzt noch hat oder? Nein, so beim Fahren. Beim Fahren, wie auf der Nordschleife, zwischen 80 und 90 Grad. 80 und 90 Grad. Bei einer schnellen Runde. Okay. Und da der ja nicht so stabil ist von den Flanken, man merkt ja beim Fahren, wenn er da oben arbeitet, wird der dann wärmer? Ja, wird wärmer, klar. Wenn der Reifen da arbeitet, wird er wärmer. Je mehr der Reifen arbeitet, umso wärmer wird er. Umso mehr Luftdruck. Umso mehr Luftdruck. Genau. Umso mehr Luftdruck auch. Okay. Das heißt auch, umso mehr Luftdruck in den Reifen kommt, umso härter wird das Leben auch für den Reifen. Ja. Weil er dann nämlich weniger Seitenflugskräfte aufbauen kann, weil er einfach zu hart stockelig wird und über die Flanke schiebt. Okay. Also es ist quasi ein Kreislauf, der sich kaum zu stoppen ist. Das heißt, der Luftdruck muss passen. Ja. Wenn er nämlich zu hoch einsteigt, der Reifen wird dann zu heiß, wird er zu heiß, steigt der Luftdruck wieder und wir kommen ins Nirvana. Richtig. Okay, okay. Ja, gut zu wissen. Ich mein, der Reifen ist top, auf jeden Fall. Megageil, da würd ich schon sagen, ey, der Fahrensteiger, aber nachdem ich das gefahren bin, jetzt vom Grip-Niveau, vor allen Dingen, wenn du in der Last drin bist, du hörst der Reifen, fängt schon weiter an zu seufeln und dann gibst du nochmal so ein Lenkbefehl nach innen. Dass du die Kurve noch enger fahren willst, setzt er es noch um. Genau. Und das war wirklich da, wo der Unterschied zu spüren war, du merkst, er macht seinen Job perfekt, kann aber dann irgendwann nicht mehr und dann kommt er ins Spiel und ist in der Lage, das Fahrzeug noch umzupositionieren. Und das ist genau, was ich dir heute Morgen gesagt habe. Ja. Uns ist wichtig, dass du merkst, wie man das Fahrverhalten von so einem Auto durch den Reifen beeinflusst. Ja, ich bin baff. Ich hätte nie gedacht, dass das so viel ausmacht, dass das so viele Entwicklungen dazwischen ist. Geil. So Michi, kann ich jetzt hier raus? Dann kriegst du eine gelbe Weste. Dann zieh ich mich draußen aus und ich draußen kann ich dann meine Normale Tomaten. Ja klar, oder? Thomas? Mach es! Bis nächstes Mal. So, Tschüss. Wir haben auch noch einen Weitermann. Tschüss. Dann haben wir auch eine Normale Tomaten. Tschüss.